Ja, jetzt im nächsten Part. Ist hier noch was? Nee, glaub nicht. Okay, let's go on. Ich liebe Eisengreifer-Mode. Wie Ruxa schon gesagt hat, ist ja schon fast wie Megaman hier. Irgendwie schon. Okay, let's go swimming. Okay, das ist jetzt schon der letzte Part, ne? Ja, ja, genau, danach. Oh no, hier gibt's keine blauen Looms. Hier muss ich... What the fuck, what the fuck is Vista hinten? I see, oh, ah, it's a Vogel. Oh no! Mr. Fuck face, yeah! Hey, Rayman, calm. Mein Gott, Carmen! Die gerade wollen hier. What? Wie fett. Mein Gott. Was zur Hölle wollen? Ach so, die wollen sich schmieren. So ist das. Urgh. Retarded stuff. Was ist denn die Motoren? Okay, die sollten lieber sich selbst ölen. Hilfe ihr schnell bevor es schmiert. Ach, come on. Ist gut. Schnauzer. Okay, let's see. There are much looms here. I know there are much looms here. Ah! Down there! You see the lasers? Ja, da ist er. Ich glaube, da ist der dritte. Let's go down here again. Ah no, he's... It's this way. Ah, let's look for... Ah, no, 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 no. I can't, I can't, I can't go down there. I am going to die, oder? Yeah. Let's try it. I know that she will give me Luft, aber naja. Let's try it. Ah, good. That's good. I need some Luft. Yeah. No more Luft und auftauchen. Ah, ich glaub, ne, ich glaub, hier muss ich sogar lang, um den Schalter zu finden. Ja, der ist der Schalter, der die beiden Laser weg macht. Oh no! Ich glaub, ich glaub, ich muss... Hm, wie der Kampf gegen das Fass. Da kommt jetzt, wenn ich da runterjump, kommt so ein Fass, glaub ich. Nee, ich glaub, du musst Rocket Riding machen. Ja, ja, Rocket, hm. Ja. Ja, da kommt die Rocket. Ja, die muss ich aber auch erst mal aktivieren, glaub ich. Ah, genau, da. Nee, doch nix mit Rocket Riding. Rocket Riding is for secret, I guess. Nee. Rocket Riding... Ach so. Oh, my God. Du musst da wieder rauskommen. Ja, buh, wuuu. Oh, I love Rocket Riding. Oh, I love Rocket Riding. Wuuu, wuuu. 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 Oh, oh. Oh, oh. Don't say to go. Loons. 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 Is it aufgegangen? Is it aufgegangen? Oh, I don't think so, because you have to go with him. Ah, I hate, I hmm. Ich hasse das Jumping. Entweder, ah, entweder Jump nicht, oder... Ja. Es geht kaputt. Hehehe. Let's do it again. But with Torb... Ah, nee, better not, better not Turbo. It's gefährlich. Turbo's direkt mein Stil. Ah, no! Dammit! Nicht abspringen. Yeah. Turbo, but not abspringen. It's may suicide, but we have to do it. Okay. Let's do Turbo. What? Then we will die together. Yes! I did it! Wo geht's denn da? Ich hab... Kann ich nicht zurück irgendwie? Warum kann ich nicht zurück? Ich kann doch hier einfach zurücktauchen. Oder war das doch Secret hier? I thought, das ist schon Secret. Yeah, it's Secret. I guess it's Secret. It smells like Secret. Red, red... Ah, it's... Yeah, it is Secret. Blum, blum, blum. It smells like Secret. Woo! Zweimal Superlooms. Oh, and it's still... Ah, I see. Shortcut. Haha. Oh no, I hate this part. I hate this part. You are a bit leiser. Hat da noch was hier ausgekackt? Nee. Nothing. Oh, I should go back. I should go back. No, don't die, Raymond. Don't die. Don't die. Bin ich manchmal zu laut? Hm? Bin ich manchmal zu laut? Hm? Ob ich manchmal zu laut bin? Nee, zu laut nicht. Du kannst gar nicht laut genug sein. Not for this special co-op mode. Special. Okay, give me... Give me your Luftblasen. Your wannabe... Blue looms. Wait a sec. I buy you a taco. I know there are some looms around here. There must be. I... I do suicide now. To explore. I know there are some looms. There must be some looms. Come on. Hm. There must be some looms. I... I... I remember a secret in the next. I remember this. Next room? Mal gucken. Let's go. Okay. Da... Da... Da erinnere ich mich an einen. Hm. Alright. Is there something here? Smells like secret, but it isn't. It tastes like chicken. Ah. Okay. Okay. Nochmal Luft holing. Und... Wieder runter. Okay. Uh. In the next part, you have to defend your Luftblasen. That's also immer noch so'n... Anderer fish, glaube ich. Ah. Das... Hm. Ich glaub. Das kommt noch. Okay, Roxas. You can't read my text. I am auch beschäftigt. Damnit. Um. Ach so, dass wir mir eine Song senden. Äh. Ah. I hear it. I hear it. You are doing something. It was quite a bit... Rauschig. Ah. Give me more Luft. More Luft. Ah. Sag bloß. Nächste... Nächste... Na, ne noch nicht. Noch ist nicht nächstes Gebiet. Hm. Ah doch. Because I'm awesome, I can... Commentary and... Yeah. You can do both. Schreiben and Commentary. Yes. Okay. 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 Now it is... Ich glaub hier ist nur Höhle. Hier kann ich nicht hoch um Luft zu holen. Nee, du musst immer ihm folgen. Hm. Aber ich kann dir... Ah, genau die Piranhas... Ah. Oh no, das... Hm, this is bad. Das is badass. Gimme Luft. Gimme Luft. Und ich werd dir versuchen, das Secret noch zu zeigen. Ja, das muss hier, muss definitiv was sein. Ich mein, 27 Looms. Ich will... No, no, no. Go, what the fuck? Wie soll ich da ran kommen, mir die weg sind? Ich mein, so... Auch so zeitmäßig. Ah, dammit. I can't hit him. Ah, wait, I... I think... There must be something here. 27 Looms. No, 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 no. No, no. Ah, come on. Ah, don't, don't die, Raymond. Don't die. What the fuck? Where is he? Ah, there he is. Gimme Luft. I remember the secret. Please trust me. Ah, ich glaub, ich muss erst... Ah, schwimm schneller! Du hast doch Muskeln in deinen nicht vorhandenen Armen. Hab ich doch echt noch... No! No! Don't eat it! Don't eat it! Don't eat it! Ja, das Schiff, das ist der richtige Weg. Aber wenn du jetzt da unten legst, jetzt weiter geradeaus, dann links. Hm. Da muss irgendwo ne Höhle sein. Okay. Should I do suicide? Wait, I go... Dammit! Ich muss Luft holen. Ah, ich muss Luft holen. For now. Schnauze! Ich geb dir ja Luft. Kann ich überhaupt... Nee, warte mal. Ich glaub. Ah, wenn ich jetzt hier hochgehe, kann ich aber nicht zurück, oder? Ah, doch. Ich glaub schon, du kannst mich jetzt zurückholen. Don't die! Don't die! Oh, yes! Yes! I love it! I love it, if it's closed. Okay, let's go back again. Okay, now you can go back. I hope the looms are back. Ich hoffe wirklich, die blauen looms sind wieder da, sonst ist es ein... ouch. Da, der macht... der schwimmt jetzt immer im Kreis und macht neue. Okay. Okay. Okay, und thanks. You say the secret when I go and get this... You sure? Da ist ein secret? I'm sure, hier ist ein secret. Okay. Ah, wait, da... Ah, I see. I see. Wer, wer? Da ist ne Höhle. Der... Ja genau, diese Höhle. Ah, go down. Ah, yeah! Wer, wer es ist. Das hätte ich jetzt nicht geahnt. Das hätte ich jetzt nicht geahnt. Ist aber auch Uhr. Das ist leicht zu übersehen. Extrem leicht. Aber ich... Da... Daran erinnere ich mich noch. Da hab ich nämlich lange dran gegessen, bis ich... Help me to make this 100% run! Go up there. Ah, red looms. Don't tell me I have to... Ah, is... No, no, no. What the fuck? This can't be alles. Das ist auch nicht alles. Hier ist noch ein Käfig bestimmt. Ich hab da. 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 Do you hear? F***ing camera. Huh? No, es ist all. Da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Das kann nicht mehr. All das... Wait, ist es unter Wasser? Dann da ist keinem voice. No, da muss sein hier. Aber wo ist es? Da ist nichts mehr hier. What the fuck? All das für red looms? Well, never mind. Aber, danke für die Info. Ja, nichts mehr zu tun, aber es ist nichts mehr. Well, let's see. 23 looms. Hab ich den letzten Abschnitt noch bekommen? Wir sehen. Ich weiß auf jeden Fall, dass da noch was ist im letzten Abschnitt. Okay. Okay. Es muss genug sein. Ja. Okay, das durften schon einige Parts sein, würde ich mal sagen. Ja, ist doch gut. Es macht Spaß. Ah, nicht sterben, Rayman. Ich... Oh, nein! Nicht Clipping Error! Clipping Error ist schlecht, wenn du unter Wasser bist. Okay. Ah, safe point. Final Abschnitt. Ah. Ah! No. 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 Please, not super surfing again. Wait a sec. Two cages? Um, eine für ein portal. Eine für... Eine ist noch verstärkt und einer zum Bett.